Kann? 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 Also was ist denn? Guck noch arroganter! Ist okay! Nee, ist okay! Weil ich's kann. Ja, ist das zum Kotzen? Kula-Keks heißt der? Ja, mein Kula-Keks. Ich mein, du bist natürlich grundsätzlich im Vorteil, weil du mehr Minigolf spielst, aber eigentlich habe ich hier trotzdem noch Heimvorteil, würde ich sagen, oder? Ja. Weil wenn ich spiele, spiele ich hier. Ja, aber ansatzlos. Guck mal, ansatzlos. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden, Mutter. Guck, guck, guck! Da! Ja, gut. Komm, wir können weitergehen, die können wir.